Meine Damen und Herren, wir sind wieder da bei der Autoball-WM heute hier in China. Die Pinky ist da, der Murphy ist da und auch der Logan ist nochmal mit dabei. Und Pinky, wie geht's dir heute so? Oh, wunderbar. Und wie geht's Ihnen? Ja, China ist toll. Wir waren jetzt schon ein paar Tage hier und heute ist das Spiel, ich weiß man auch nicht. Ja, ist doch schön. Lass uns lieber Autoball fahren und trotzdem die tolle Gegend hier bewundern. Wie hat dir der Hund gestern geschmeckt? Was? Ich habe Katze gefuttert, nicht Hund. Oder essen die das in Japan? Ich weiß gar nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ich glaube, die essen Tiere, aber ich weiß nicht, ob der Hund bei ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, das durften sie gar nicht mehr. Ich meine jetzt endlich, also ich bin ja kein Veganer oder Vegetarier, aber es ist, wenn man jetzt Kuh isst oder Schwein isst oder Hund, ist es ja alles Tier. Also das ist ja letztendlich, weiß ich nicht. Wir haben halt als Menschen eine besondere Beziehung zum Hund. Oh ja. Deswegen würde ich den nicht essen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber zu einem Schwein kann ich auch eine Beziehung aufbauen. Aber das, ich meine, das versuche ich zu vermeiden zu essen. Aber eine Kuh finde ich ja auch toll an sich. Aber so ein Burger schmeckt halt. Also ich bin da wahnsinnig. Vielleicht... Oh! Oh, Murphy! Wunderstück. Da wollte ich das mit den Tieren erklären und war ganz abseits. Ich weiß gar nicht. Ich würde trotzdem, ich freue mich trotzdem über so ein schönes Steak. Oh ja. Da bin ich ganz ehrlich. Oh, Rinderfilet! Ja, ja, ja. Yummy, 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 yummy. Ah, jetzt hätte ich ein Stadtertor machen können. Mann, hätte ich das gewusst. Ah! Ah, Murphy, klär du mal. Nochmal. Ja, ja, okay. Klär du nochmal. Was soll ich hier erklären? Was willst du wissen? Nee, nee, das nicht. Sondern mal hier wieder ins Tor und so. Weißt du? Ja, okay, okay. Huhu. Wenn die Chefin das sagt, dann muss ich das machen. Ah! Ah, schade. Schade, schade, schade. So, ist da jemand? Ist da jemand? Irgendjemand? Ist da irgendjemand? Ja, das war auch nicht schlecht, ne? Muss man schon mal sagen. Okay, da haben wir uns. Ich habe ja auch versucht zu schießen, aber du warst schneller. Ja, es ist manchmal ja... Ach, Mann, oh, wir sind... Oh, zum Glück hast du es getroffen. Manchmal, aber nur manchmal. Macht die Pinky ein Tor? Nein. Das kommt nur manchmal vor. Nur manchmal? Du bist aber fies. Du bist aber fies? Wie sind wir jetzt in Frankreich? Ja. Du bist aber fies. Du bist aber fies? Oh. Oh, schade. Oh, dann fliegt sie vorbei. Lul. Logen, nicht, nicht. Der wird auch sein, was was da kommt. Nein, ich wollte es nicht. Ich wollte drüber. Ich wollte... Oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich wollte nur drüber springen. Ich wollte... Ich wollte nur drüber. Das Glück ist verbraucht für heute. Nein. Das schaffen wir noch. Ich glaube, der Logen verlässt uns gleich. Nein, ich hoffe nicht. Das war nicht meine Absicht. Ja, 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 ja. Ja. Jetzt natürlich wieder nicht... Ach, Mann. So, wir konzentrieren uns. Wir ziehen das durch. Wir fahren nach vorne. Pinky fährt nach vorne. Oh, das hat er schön angenommen. Wow. Oh, aber danach... Ah, arme Frau, ja, oh, oh, Gott, ich... Oh. Du musst ja nicht gleich kommen hier. Ja. Oh. Oh. Nein. Nein. Oh. 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 Alter, ist das spannend. Ey, das gibt's nicht. Niemals jemand da und klärt es hier. Oh, schön. Schön, schön. Oh, jetzt häng ich hier fest. Ja, ja. Das kann doch echt nicht wahr sein hier. Erst hol ich ihn raus, dann krieg ich ihn nicht rein. Das kenn ich. Wow, schön. Oh. 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 Ich hab keinen Booth, ich hab keinen Booth. Äh. 20 Sekunden. Ich hab immer noch keinen Booth. Jetzt hab ich Booth. Oh, jetzt... Oh, da hebt er ihn nochmal an. Okay, dann ist es... Nächste Runde haben sie gewonnen. Ja. Eben haben sie auch gewonnen. Naja, Revanche, ne? Die Revanche, meine Revanche. Oh, ich hab auch einen Hasi. 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 Wenn du willst nochmal. Logan ist bestimmt weg jetzt. Komm schon, Logan. Es tut mir leid, das war nicht... Oh. Er hat... Er hat... so ging die muss fahren ich fange auch ich kann auch fahren ja haben wir beide ja wunderschön oh mein gott oh mein gott wunderschön wow jetzt wird es noch mal richtig spannend hier nach gerade so vorbei ja hab ihn dann jetzt jemand noch mal in die mitte kommen ja bin da aber ich habe aber nicht bekommen wow das war echt nur der schuss ja 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 die wieder hat wieder nicht mann 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 das brauchen sie nicht machen hier jetzt lassen sie uns ja gewinnen meinst du oder die spielen gerade mit uns die spielen ja oder so ja die denken sich mensch ja die haben ja eben verloren ja wenn wir die mal ein bisschen was und aber zum schluss kaum was noch mal richtig um genau das kann sein haben wir ja 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 du musst eine super tankstelle ich hätte ihn beinahe wieder aufgehalten aha das ist klar wahnsinn was für wow wow oh nein kein bock mehr kann man da so vorbeifliegen ey das hätte ja auch keine ahnen können dass er da einen kopfball macht der ist richtig gut ja man spielt jetzt gerade sein bruder ja wahrscheinlich guck mal wie er fliegt und so ey wow schade oh nein ne das war schon eine super vorlage ey wow wow was passiert was passiert oh ist das nochmal boah aha ich wollte einen ball äh spielen wenn er da im weg ist Ich kann ja nicht so viel sagen. Aha, Muffy? Ja! Nee, 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 nee. Ah, nein. Alter. Denk dran, die machen keine braven Bälle, die können auch, äh... Ja, ja. Anders. Die können auch anders, und das machen wir auch. Oh, ja! 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 Nein, nein, einer mit! Irgendwer! Nein! Ja! Wie geil! Ich? Ich? Eigentor war das, oder? Nee. Ehrlich? Ich denk schon, ja. Zeig. Ramp? Ja! Ah, okay. Von Raffaello! Raffaello! Was mach ich denn hier im Tor? Oh! Oh! Okay! Äh! Ja, schade. Ich war zu wild. Ja! 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 Da wäre er doch so oder so reingekommen. Kein Boost mehr. Zehn Sekunden haben sie noch, da können sie viel reißen. Ne, die lassen uns gewinnen. Hätten sie nicht drei Eigentüre gemacht hier. Wow, der wäre nochmal. Wow. Oh, wie lange wir den jetzt noch gehalten haben, schön. Ja. Wuhu. Toll. Toll, die Motivation ist im Keller. Ja, in der Wende hier gewonnen werden lassen, Wursten, Basten, Wieden, Basten. Keine Ahnung. Ja, wenn es euch gefallen hat, ne, Motivation und so. Dann lasst ein Like da. Genau. Und sehen wir uns beim nächsten Mal, ja. Dann vielleicht sogar noch ein Abo oder so. Ja, genau. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut, ne. Tschüss, tschüss, tschüss. Hehehe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020